Brown and Pound TV, Mark Bergmann vor Ort bei der MMA Challenge in Salzburg und neben mir steht der Gewinner des Hauptkampfes, das ist Pavel Bechtold, ganz rechts und in der Mitte sein Teamkollege Jakob, der für uns übersetzen wird. Ich zeige euch den Viewers, Pavel ist der Winner des ManiBad-Fight heute Abend. Er hat gerade einen starken Gegner gewonnen. Er sagt uns, wie er den Kampf gesehen hat. Wie er über das Gefühl hat, wie er den Kampf gesehen 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 hat. Er hat sich sehr gewonnen hat, wenn er die Kampf gesehen hat und er hat sich gewonnen hat. Er war ein bisschen nervös, weil er zwei letzte Becher hat und jetzt wollte er gewonnen. Das ist schön, dass es so gut ist. Das ist das, was ich wollte sprechen. Er hat zwei Becher in den Niederlanden gewonnen. Also wie viel oder wie viel Druck hat er in diese Becher hat? Ich habe mich sehr sehr viel mit deinem Lachen gegründet. Ich habe mich sehr viel mit deinem Lachen gegründet. Er sagt, dass es wirklich sehr viel mit deinem Lachen war. Er war sehr viel mit deinem Lachen. Er war sehr schwierig für ihn. Er hat sich mit deinem Lachen gegründet, aber er hat gewonnen. Das ist großartig. Er hat seine Karriere gegründet. Ja, aber das war der erste Verkunft in ein Lachen. Er hat gewonnen mit einem Lachen gegründet. Er hat gewonnen mit einem Lachen gegründet. Ist das richtig? Ja. Er hat gewonnen. 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 Was ist jetzt alles geplant? Wenn du ihn nicht ein Problem hat, dann kommt er und kämpft. Also ist er immer bereit? Er ist immer bereit. Und er möchte, dass du deinem Team, deinem Sponsoren, und die Leute rundherum. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.